Zwei Dinge werden passieren. Erstens, dieses Telefon da drüben wird klingeln. Zweitens, sie werden in diesen Handschellen abgehört. Es wird immer weiter klingeln. Wer zur Hölle sind sie? Der Mann, mit dem sie nicht gerechnet haben. Jack Reacher. Belobigungen, Auszeichnungen, sie sind eine Legende. Was haben sie noch gehört? Ich brauche ihre Hilfe. Jemand tötet Soldaten. Männer, die unter ihrem Kommando standen. Es wird Zeit, auf die Jagd zu gehen. Ich weiß nicht, welche Rolle sie hier spielen, aber ich verspreche, ich finde es raus. Da gibt es nichts zu finden. Vielleicht reiß ich ihnen den Arm aus und prügel sie damit zu Todes. Reacher weiß zu viel. Wie geht es denn so? Ich mag es nicht, verfolgt zu werden. Du bist ein toter Mann. Einer von uns wird das ganz sicher bald sein. Hör euch da etwa Angst, Jack? Was sie hören, ist Vorfreude. Entschuldigung, dem geht es nicht so gut. Sie benutzen besser das hier. Ja. Änerg Snow bist du, deaduterideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide